Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema und zwar um die Meldung von Nebenwirkungen. Viele von Ihnen, die schreiben mir hier in die Kommentare, dass Sie unter der Arzneimitteleinnahme Nebenwirkungen erfahren haben. Und da stellte sich mir einfach die Frage, ob diese Nebenwirkung ganz offiziell schon den Bundesoberbehörden gemeldet wurde, sprich entweder dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder dem Paul-Ehrlich-Institut. Um an dieser Stelle kurz den Begriff der Nebenwirkung einmal zu klären, was ist eine Nebenwirkung. Als Nebenwirkung wird es im umgangssprachlichen Gebrauch bezeichnet. Genauer nennt es sich unerwünschte Arzneimittelwirkung, kurz UAW. Und eine unerwünschte Arzneimittelwirkung ist eine schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf ein Arzneimittel. Alle Arzneimittel, die eine Wirkung haben, die können auch potenzielle Nebenwirkungen haben, sei es vorhersehbare oder unvorhersehbare. Das ist der Grund, weshalb Arzneimittel eine klinische Prüfung vor der Markteinführung durchlaufen, in der ein Nutzen-Risiko-Profil erstellt wird. Da zum Beispiel die Personenanzahl in diesen Studien beschränkt ist, sind die Behörden darauf angewiesen, dass auch noch nach der Markteinführung Rückmeldungen bezüglich der Arzneimittel gegeben werden. Und zwar gilt das sowohl für Bekannte als auch für unbekannte Nebenwirkungen. Deshalb ist es schon häufiger vorgekommen, dass nach der Markteinführung trotzdem Medikamente wieder zurückgezogen worden sind oder bestimmte Einschränkungen zum Beispiel in der Indikation gemacht worden sind oder bestimmte Warnhinweise in die offiziellen Dokumente wie den Beipackzettel oder die Fachinformation übernommen wurden. Wenn Sie nun so ein Symptom als Nebenwirkung haben, egal ob es jetzt etwas Bekanntes ist oder etwas Unbekanntes, was gar nicht im Beipackzettel steht, wovon Sie aber wirklich ausgehen, dass das im Zuge Ihrer Arzneimitteleinnahme aufgetreten ist, dann fragen Sie einmal nach, ob es durch den Arzt gemeldet worden ist. Wenn nicht, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Also entweder gehen Sie zu Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker vor Ort und bitten den darum, dass er diese AMK-Meldung macht, die Meldung an die Arzneimittelkommission. Oder aber, was ich auch sehr komfortabel finde, es gibt ein sehr niederschwelliges Angebot für Patienten, bei denen Sie selber Ihre Nebenwirkung melden können. Dabei ist es sogar egal, ob es sich um Sie selber handelt oder um einen Angehörigen oder um eine Person, die Sie pflegen. Gehen Sie einmal auf die Internetseite www.nebenwirkungen.bund.de. Den Link setze ich natürlich unten nochmal in die Infobox rein. Dort gelangen Sie sofort zu diesem Meldeformular. Rufen Sie es sich mal auf. Das ist in der Anwendung sehr einfach. Man muss bestimmte Daten von sich eingeben. Erstmal wie Gewicht, Körpergröße, um welches Medikament es sich handelt, wie die Nebenwirkungen aussehen. Und Sie haben dabei zwei Möglichkeiten. Das finde ich wichtig, hier einmal zu erwähnen. Und zwar können Sie diese Daten anonymisiert versenden. Das bedeutet, Sie brauchen wirklich keine eigenen Daten, wie Name oder Adresse von sich selber reinzugeben. Sie können es aber auch nicht anonymisiert machen. Und ich würde Ihnen ans Herz legen, das Letztere zu machen. Denn wenn Sie nun eine wirklich sehr, sehr schwerwiegende Nebenwirkung melden, die vielleicht auch noch nicht bekannt ist, dann möchten die Behörden eventuell mit Ihnen Rücksprache halten, um noch mehr Informationen rauszubekommen. Aber wenn Sie sagen, das möchte ich nicht, dann melden Sie bitte die Nebenwirkung anonymisiert. Wichtig ist, dass sich schon mal gemeldet wurde. Wenn Sie Probleme mit der Eingabe haben, dann wenden Sie sich wirklich gerne an Ihren Arzt oder Apotheker vor Ort. Es geht sowohl wirklich um bekannte Nebenwirkungen, auch wenn es leichte Nebenwirkungen sind, als auch um, wie gesagt, unbekannte Nebenwirkungen und starke Nebenwirkungen. Letztere sind natürlich die, die von Interesse sind, wenn zu wenig Daten bis jetzt vorliegen und die wirklich sehr schädlich sein können. Aber trotzdem auch, wenn Sie kleinere Nebenwirkungen haben, melden Sie die bitte. Das ist wichtig, weil dann auch an der Nebenwirkungsrate in den Fachinformationen und im Beipackzettel dadurch dann auch noch was geändert wird. Ich persönlich finde, dass diese Meldung von Verdachtsfällen zu wenig genutzt wird. A, ist sie halt nicht immer so bekannt. Und so im Alltag, in der Arztpraxis oder auch in der Apotheke, da fehlt natürlich die Zeit, viele kleine Nebenwirkungen zu melden. Die großen Nebenwirkungen, die werden alle in der Regel gemeldet. Und ansonsten möchte ich hier jeden ermutigen, einfach mal auf diese Seite zu gehen und sich das einfach mal anzugucken. Denn damit tragen Sie persönlich auch zur Arzneimitteloptimierung bei. Und in den Kommentaren ist mir aufgefallen, dass natürlich manche Patienten, die eine sehr starke Nebenwirkung erlitten hat, die anderen, die dieses Medikament einnehmen, davor sozusagen bewahren möchten. Also besonders die möchte ich gerade hier ansprechen, dass Sie bitte unbedingt diese Nebenwirkung melden, weil das sehr, sehr wichtig ist für die Sicherheit des Arzneimittels. Und vielleicht konnte ich mit diesem Video schon so einen kleinen Teil dazu beitragen. Und hoffe einfach, dass Sie gesund bleiben und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.